Herzlich willkommen bei Firma Jorns AG. Ich bin Mohel und mache hier die Lehre als Anlage- und Apparatenbauer. In diesem Video möchte ich mich gerne mitnehmen, um zu zeigen, was ich an meinem Arbeitstag mache. Die Hauptaufgabe des Anlage- und Apparatenbauer sind Schweissen, Sagen und Vignette. Das Schöne bei Firma Jorns AG ist, man arbeitet von Anfang an produktiv. Mit der Zeit werden die Teile einfach immer komplexer. Ich habe Anlage und Apparatenbauer gelernt, weil ich sehr gerne handwerklich arbeite. Am liebsten schweisse ich. Ich finde es sehr faszinierend, wie man Strom genug Hitz herbringt, damit sich zwei Währstoffe verbinden. Bei Jorns AG ist die Atmosphäre im Team, und auch in der ganzen Firma sehr angenehm. Wenn man irgendein Problem hat, kann man jederzeit einfach den Lehrmeister rufen. Das hilft ihm sehr gerne. Was auch sehr cool ist, bei Jorns AG kennst du alle vom Lehrling bis zum Chef. Hallo, ich bin Diana. Ich habe die Lehre als Anlage- und Apparatenbauerin gemacht. Und die Frauen sind hier herzlich willkommen. Ich hoffe, wir haben dein Interesse geweckt. Ich freue mich, dich beim Schnuppern zu sehen und bewege dich das mal heute bei der Firma Jorns AG.